Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert, aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Untertitelung des ZDF, 2020 Er hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns doch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich drei Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Gothic 2. Eigentlich wollte ich die Rückkehrmod spielen, aber die war etwas buggy. Nach dem Fall der Barriere und der Verwannung des Schläfers ist Belyas Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden, wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belyas Schergen entfeiern die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erweben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Ja, eigentlich hatte ich ja wie gesagt vorgehabt, die Motty Rückkehr zu spielen, aber die war irgendwie ein bisschen verbuggt. Ich hatte bei einer Position immer denselben Fehler, immer dieselbe Fehlermeldung und es ging einfach nicht weiter. Ähm, und deshalb bin ich leider gezwungen, ich hab den Fehler auch nicht gefunden, selbst im Internet nicht, ich bin leider gezwungen, äh, dadurch jetzt in Gothic 2 ganz normal mit Addon hier zu let's playen. Ist jetzt nicht schlimm. Ist zwar schade, ich hätte euch die Rückkehrmod gerne gezeigt, wenn ich das irgendwie zum Laufen kriege, dass die, ähm, ähm, dass dieser Bug irgendwie nicht mehr kommt. Das ist auch komischerweise nur, wenn ich aufnehme, also wenn das DX Story im Hintergrund läuft und aufnimmt, ähm, dann hab ich diesen Bug an dieser Stelle. Wenn das DX Story aus ist, geht's weiter. Problem ist aber, wenn ich über diesen Punkt hinausgehe, wenn ich, ich war natürlich auch so schlau und hab gesagt, alles klar, pass auf, machst hier aus, die Aufnahme, gehst weiter und machst dann hinten dran wieder an, stürzt sofort ab. Also so weit war ich auch schon im Kopf, aber das stürzt dann auch sofort wieder ab. Was können wir tun? Problemlösung war im Moment noch nicht vorhanden und da hab ich gesagt, gut, alles klar, dann machst du hier normal. Und, äh, machst einfach das Let's Play ganz normal, nach des Raben. Und dann machen wir das einfach so. Ich hatte natürlich, wie gesagt, im SKO-Video auch, was heißt auch, äh, ein neues Gothic 3 Let's Play angeteased und angesagt mit der, mit dem Questpaket und der Konsequenz-Mod. Problem hierbei, ich hatte auch schon 45 Folgen davon aufgenommen, aber, hatte mich beim Rendern verklickt, hab das auch alles schon hochgeladen, war alles schon fertig. Problem ist nur gewesen, dass das nicht in 1080p war in dem Moment, sondern ich hatte mich, wie gesagt, beim Rendern verklickt. Und dann war das nur noch, sah es zumindest so aus wie 480p. Ich hab einfach die falschen Rendereinstellungen gewählt. Ja, und das bei allen Folgen. Ähm, also nicht bei allen Folgen, es war bei 15 Stück. Aber Problem ist natürlich der Aufwand, da wieder hinzukommen, dann in so einem komplexen Spiel, ähm, das nachzuspielen war, wäre halt eben ein Aufwand gewesen, der nicht in Relation steht. Ähm, und da hab ich mir gedacht, gut, alles klar, du hast ja ein Gothic 3 Let's Play auf dem Kanal. Machst du Gothic 2, wenn du damit fertig bist, machst du Gothic 1. Und wenn du damit fertig bist, dann kannst du immer noch das Gothic 3 mit Questpaket nochmal nachschieben. Dann, wenn ich bis dahin, werde ich ja vielleicht mal den Fehler mit der Rückkehrmod hier gefunden haben. Und dann, äh, kann ich das auch noch hinterher schieben. Zwischendurch mal ein paar Folgen SKU, also ich hab das schon im Plan. Ähm, ja, also wie gesagt, das wäre natürlich geil gewesen, jetzt die Rückkehrmod zu spielen und zu let's playen, aber geht leider nicht. Geht leider nicht. Also machen wir jetzt hier erstmal das ganz normale Spiel weiter. An der Karte und so ändert die Rückkehrmod gar nichts, nur dass es halt eben noch ein bisschen schönere Spots gibt. Die Texturen hab ich, glaub ich, selber verändert. Ähm, aber, ähm, ja, es gibt halt eben noch ein paar mehr Quests und so. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Ich kann euch ja die Rückkehrmod unten mit in die Box rein verlinken. Und falls ihr Bock habt, zieht euch das mal runter. Und, ähm, guckt euch das einfach mal an. Und eines noch. Verrate niemandem, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Ja, ja. Jetzt wird hier geklatscht. Und das ist mein Buchständer. An den geh ich ran. Zack. Oh, da stand ein Rezept drin. Hab ich jetzt gar nicht gelesen. Naja gut. Kriegen wir nochmal hin. So, wir nehmen euch erstmal den Trank mit. Dann drücken wir hier auf den Schalter. Gut. Dann nehmen wir hier den schweren Ast noch mit. Schön. Und dann holen wir uns hier hinten erstmal das ganze Zeug. Ja, ist natürlich kein Blind... Oh Gott. Ist natürlich kein Blind-Let's Play. Ne? Ähm. Ja gut. Ist halt so. Ich muss mich jetzt hier erstmal dran gewöhnen. Hier an das... An das normale, ähm... Aussehen. Naja. Äh, ist kein Blind-Let's Play. Ist, äh... Natürlich von mir schon mal gespielt worden, das Spiel. Das ein oder andere Mal. Ja. Ähm. Lass mir den Ast ausrüsten. Ja, ist von mir natürlich schon mal gespielt worden, das ein oder andere Mal, dieses, äh... Game. Und von euch sicherlich auch. Ich hab, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Mods hier noch installiert hab. Irgendein Texturen-Patch. Wie man hier auch an den Säulen unschwer erkennen kann. Ähm. Und hier an den Details der Bücher irgendwie hab ich... Ich hab irgendein Texturen-Patch drin, aber das Spiel ist schon so ewig lange auf meinem Rechner, dass ich nicht mehr weiß, was es für ein Texturen-Patch ist. Es ist irgendein Texturen-Patch. Fragt mich nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall einer. Und, äh... Sieht auf jeden Fall dann in Corrine selber richtig geil aus. Mein gut, über die Elhiver-Mod mit, äh, DX11-Patch kommt natürlich nichts drüber. Aber das ist egal. Mir reicht das. Weil ich bin sowieso lieber derjenige, der... Die Spiele so spielt, wie sie früher mal angedacht waren. Und, äh... Hab ich überhaupt hier schon einen Speicherstand? Jo, hab ich. Alles klar. Dann machen wir jetzt hier einen neuen. Let's Play. Sehr schön. Zack. Ah! Unsere unsichtbare Wand. So, dann gehen wir mal ganz runter in den Keller und gucken mal, was es da noch zu holen gibt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal raus. Es sei denn, es ist stockrahmste Nacht. Dann nicht. Weil, äh, irgendwie... Muck, das Spiel... Nein, es ist hell, sehr schön. Weil irgendwie muckt nämlich das Spiel. Das ist immer so dunkel bei mir. Obwohl die Helligkeit... Ich kann euch das hier mal zeigen, ganz kurz. Ähm, die Helligkeit, ihr seht das, ist auf... Vollem Ausschlag. Und es ist immer noch übel dunkel. Ich kann das in der Inni umstellen, wie ich will. Ich kann es hier im Spiel umstellen, wie ich will. Das interessiert dem... Das interessiert das Spiel gar nicht. Das ist dem scheißegal. Ach, ja, genau. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ähm, ich werde in diesem Let's Play den Weg einschlagen, den ich bisher... Selbst für mich alleine im Gothic 2 noch nie eingeschlagen habe. Nämlich den des Feuermagiers. Ja, ich hab bisher immer... Paladin oder Söldner gespielt. Ich bin halt eben einer... Der nun mal gerne mit dem Bogen schießt. Oder mit einer schönen Zweihandwaffe kämpft. Ähm, ich war niemals Magier. Selbst in Gothic 3 war ich kein Magier. Und, äh... Wenn mir dieser Renderfehler nicht passiert wäre, hättet ihr auch gesehen, dass ich in Gothic 3 schon den Weg des Magiers eingeschlagen habe. Aber ich war sogar schon so weit, ich hab Geldern befreit. Das war die einzige Stadt, die ich befreit hatte. Wegen der Kohle. Ne, weil Geldern ist ja so gießig und so reich, dass man dann eine Menge Kohle absahnen kann, wenn man das Ding befreit. Ähm, jetzt ziehen wir hier aber erstmal den Gürtel an. Wo ist er denn? Da ist er doch. Ähm... Ja, Geldern hatte ich befreit, wegen dem Geld. Und... War auch schon auf dem Weg nach... Schieß mich tot, Sylden, glaub ich. Und hatte schon richtig viel geschafft. Hatte schon eine Feuermagier-Anwärter-Robe gekauft. Und, und, und. Also, ich war schon richtig weit. Hab das, wie gesagt, auch alles schon hochgeladen gehabt. Bis ich eben dann mitgekriegt hab, dass das eben aussieht wie 480p. Und das will ich euch einfach nicht zumuten. Da fühl ich mich dann selber nicht wohl, wenn das einfach so scheiße aussieht. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das will ich selber nicht. Und ich hatte dann, wie gesagt, die Wahl. Entweder ich mach's komplett neu. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Weil ich mich so gefreut hab, dass ich schon so weit bin. Oder ich spiel das halt eben bis zu dem Punkt nach. Was halt aber auch... Irgendwie scheiße ist. Weil, man muss dann ja auch drauf achten, dass man nicht... Ähm... Dahin geht, wo man dann in der Folge später erst hingeht zum Beispiel. Und da ein Tier tötet oder, oder, oder. Muss man hier das Schaf mitnehmen. Die CNP nehmen wir nämlich mit. Das ist, wie gesagt, alles nicht so... Nicht so einfach. Goblin! Pop! So. Goblin! Lach hier noch was? Oh, Hei-Pflanzen. Ich steh auf Hei-Pflanzen. Um Gottes Willen. Ich hab nicht mal ein Emote gesetzt, Freunde. Alter. So, jetzt hier. Pfeile. Ich weiß es noch. Ich weiß es noch. Ja gut, was heißt, ich weiß es noch? Ich hab ja auch... Bis gerade eben noch die Rückkehr-Mod gespielt. Da wusste ich das auch noch, dass es hier das Zeug gibt. Heiltrank. Mana-Trank. Oh, hier ist noch ein Pfeil. Den hätte ich beinahe noch vergessen. Kurzbogen ausgerüstet. Sieben Pfeile am Start. Dann kann's ja losgehen. Mach ich jetzt erst den Wolf? Ne, ich geh hier erst in die Höhle. Erstmal hier nach der Höhle glotzen. Den Goblin hier, den nähten wir dann direkt mal um. Bup! Sehr schön. So. Ja, wie gesagt. Äh. Huch. Ich will mal Feuermagier spielen. Hab ich bisher noch nie getan. In Gothic 2. Und dann möchte ich mir das natürlich auch mal antun. Möchte ich mir das auch mal angucken. So. Jetzt wollen wir mal gucken hier, ob wir die hier schaffen. Okay. Kommt, kommt, kommt. 1, 2, 3. Ja, geil! Wie er mich halt auch einfach nicht angreift, ne? So. Sehr schön. Geil. Das läuft doch. Läuft! Ich werde arst. Und noch einer. Da ist nichts zu holen. Äh, noch einer. Sehr schön. Vor allen Dingen, ich höre doch hier irgendwo Fleischwanzen. Da täusche ich mich da. Auf jeden Fall ist hier erstmal eine Truhe fein. 35 Goldstücke. Und hier ist... Ah, guck mal, hier drüben ist sogar noch eine. Das... Die wusste ich gar nicht. Apfel, Mana Essence. Geil! Oh, Mann, ich hab so Bock! Ich hab so Bock auf das Spiel. Ich hätt's, wie gesagt, viel, viel lieber eigentlich mit der Rückkehrmod gemacht. Aber... Scheiß Bug. Aber vielleicht krieg ich das irgendwann mal gefixt. Dann schieb ich die, wie gesagt, mal nach. Dann mach ich dazu auch nochmal ein Let's Play. Ich hab ja Zeit. Hehe. Ist jetzt... Ich mein, ich bin zwar schon arbeiten, aber... Ähm... Lass mal hier... Ah... Ja, gut. So, Pfeiler hab ich keine mehr. Ha, ha, ha. Pfeiler hab ich ja keine mehr. Moin! Ich hab mich verarscht, Alter. So. Boop! So, mein Freund. Nicht mit'm Vati. Nicht mit mir! Heilkraut! Gangstandard. Achso, stimmt. Hier unten ist ja das Tal mit, ähm... Na, ihr wisst schon. Ich sag's euch nicht. Ich will natürlich, ähm... weitestgehend nicht spoilern. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr, ähm... Oh, lol. Da hat die schon umgekloppt. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr... Im Chat... Wenn ihr kommentieren solltet... Nicht spoilert für diejenigen, die eben... Ähm... Nichts zu wollen. Für diejenigen, die das Spiel eben noch nicht gespielt haben. Was ich mir ja schon bald gar nicht vorstellen kann. Aber es soll solche Leute geben, die noch niemals Gothic gespielt haben. Es ist wirklich so. Hab ich schon von gehört. Dass es solche Leute geben soll, die noch niemals Gothic 2 gespielt haben. Geschweige denn Gothic 1. Oder Gothic 3. Ja, Gothic 2. Das Spiel meiner Kindheit. Nichts zu wollen. Ähm... Das hat mich geprägt. Also, Gothic 2 ist wirklich so. Das ist das Spiel, ähm... Was mein Genre-Vorlieben geprägt hat. Was Computerspiele angeht. Dank Gothic 2 bin ich jemand, der Rollenspiele... Äh... Am besten immer und überall spielt. Soweit es irgendwo ein Rollenspiel gibt, was man spielen kann. Was mit Schwer... Ja, läuft. Ich hab halt erstmal so einen scheiß Beutel in der Hand, oder was? Äh, sobald es ein Rollenspiel gibt, wo man sich hier frei bewegen kann. Mit... mit Schwertern und... und, äh... Bögen am Kämpfen, äh... Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo das hier eine versteckt hat. Dann ist das mein Spiel. Da hab ich Bock drauf. Ich hab auch so Bock jetzt hier auf Gothic 2. Es ist unglaublich. Gut, natürlich durch Strafkolonie. Dein Name ist Kabbalah, richtig? Ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Ich krieg keine EP dafür. Kriegt man den hier nicht eigentlich... Kriegt man da nicht eigentlich EP? In die Stadt. So, so. Hm, naja, gut. Lass mal Kopfhörer hier anders aufsetzen. Schluck trinken! Prost! Aus ihm, Korinus. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Jo. Äh, so. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagia. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Für die Wassermagia. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Genau. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Ach, eigentlich. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagia in Korinus. Am besten du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Ähm, so. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Genau. Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde. Ich weiß gar nicht, kann ich spawnen hier neue Tiere überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich Gothic 2 selber Singleplayer gespielt habe. Das letzte Mal. Damals noch zu Maus-Fanatics-Zeiten, wo ich das noch gestreamt habe. Ja, deshalb hatte ich dann ja auf dem Maus-Fanatics-Kanal auch mit Gothic 3 angefangen. Weil ich Gothic 1 und Gothic 2 schon gestreamt hatte. Ja. Weil im Normalfall fängt man ja mit dem ersten Teil an und arbeitet sich dann zum letzten vor. Ich hab's halt andersrum gemacht. Zumindest was die YouTube angeht. Aber irgendwann hab ich dann auch alle drei Parts, beziehungsweise alle drei Spiele dann auf dem Kanal und dann passt das wieder. Ja, die Banditen halt, ne? So muss das sein. Blauer Schal am besten noch. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Du ab bist tuftuf. Gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. So, pass auf. Machen das mal so. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Das stimmt wohl. Nun, ich hab wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Hast du wohl. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Genau. Das machen wir aber nächste Folge. Also, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge dann. Und dann werden wir erstmal die Banditen ein bisschen aufs Maul schlagen. Sag ich zwar recht ungerne als Bandit des neuen Lagers in der Strafkolonie. Aber, hier muss es sein. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschau, tschüss. Haut rein. Euer Hilmann. Hammann. Tschau, tschüss. Ach,是脖la. Tschau, tschau. Vielen Dank.